Wenn du jetzt gewinnst, wenn du jetzt gewinnst, Tobi, überleg mal, ja, dein Leben wird sich davon ändern. Gehaltserhöhung schmeckt. Wir können jetzt das Beendenhiebe und du gehst mit 400 Euro nach Hause oder wir spielen noch eine Runde, verlierst aber alles und setzt deinen kompletten Eis an. 500 Euro Gehaltserhöhung! 500 Euro! Yo, was geht? Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Da ich ja bereits als erfolgreicher Geschäftsmann auf diversen Geschäftsfeldern tätig geworden bin, habe ich natürlich eine Menge Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter werden natürlich von mir nicht gebührenden Lohnen und sind komplett unterbezahlt und müssen für ihr Geld, was sie bei mir verdienen, hart kämpfen. Und genau so ist es heute, meine Freunde. Wir machen jetzt ein wunderschönes Format, das nennt sich Pro Kill 100 Euro Gehaltserhöhung. Das ist sauviel, oder? Pro Kill 50 Euro Gehaltserhöhung. Immer noch sauviel, oder? Pro Kill 1 Euro. Pro Kill 50 Euro Gehaltserhöhung, meine Freunde. Das schmeckt. Mit dabei habe ich heute den wunderschönen Tobias. Hey, Tobi, du bist schon länger hier Mitarbeiter. Wie ihr gefällt es dir hier im Büro? Hi, ich bin Tobi und ich bin unterbezahlt. Und ich bin gerade hier, weil ich große Chance widmen kann, mir Gehalt zu erst gehen und mit diesem Fortnite-Kiss endlich mal über 200 Euro Gehalt zu kommen. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz, der verdient 300 Euro im Monat. Leute, ich würde sagen, ich würde sagen, so läuft das Ding hier. Aber, Tobi, wir machen es hier nicht ganz so einfach. Denn ich habe mir überlegt... Ach, denn du hast dir 80 Waffen rausgesucht, mit denen du mich ablenken wirst? Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Tobi, es gibt so ein paar Dinge, wo ich dich mit ablenken werde. Ja, ich werde dir mal einen Hut aufziehen. Vielleicht werde ich dich ein bisschen terrorisieren. Ich werde dich kitzeln. Ich werde laute Musik anmachen. Und ich werde ein Stroboskop in dein Gesicht halten, dass du effizient bekommst. Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen direkt an. Tobi, Top, die fette Grill. Und damit meine ich nicht meine Mutter, sondern tatsächlich... Beide. Wir fangen an. Let's go. Na, ich sage mal so, du hast schon das eine oder andere Mal mich ausgetrickst. Du hast doch gesagt, Einstiegsgeil ist bei mir bei 10.000. Weil du hast gesagt... Es geht noch gar nicht los. Das war nicht... Teil des Spiels. Schieß dir ins Auge. Ah, das kann aber... Du weißt, dass es nach hinten losgehen kann. Ey, ich freue mich mal wieder Fortnite spielen. Mein Keybein spielen, das weißt du, ne? Mann, ey. Also, du weißt, was ich das letzte Mal Fortnite gespielt habe? Das war nicht dieses Jahr. Du weißt, dass es dann... Wenn es nicht dieses Jahr ist, dass es letztes Jahr war. Letztes Jahr. Ich bin mal ganz mit dabei, in den Schritten zu gucken, wie weh das tut. Boah, ich bin richtig aufgeregt gerade. Cool, ey. Endlich die Zocken. Boah. Überleg mal. Du verdienst mit Zocken dein Arbeitsgehalt. Überleg mal, du verdienst so viel Geld. Oh, der Bus wackelt. Boah. Überleg mal, du verdienst durch Zocken dein Unterhalt. Lass die Leute zugucken, du schadest Werbung auf Videos und damit verdienst du eine Menge Geld. Bist du die Runde gewinnen eigentlich? Nein, Digga. Bist du bescheuert? Wie soll... Dann kriege ich ja gleich... Soll ich jetzt jede Runde aufaddieren oder was oder nehmen wir einfach die beste Runde? Ja, aufaddieren würde ich sagen. Wir machen drei Runden und davon nehmen wir die beste, würde ich sagen. Okay. Das war... Hä, bist du dumm? Warum? Sag doch einfach die schlechteste. Nehmen wir nehmen die beste. Wow, Digga. Danke, Mann. Ich meine, du hast ja nicht 80... Boah, Digga. Das war voll... Das war so viel, Alter. Übertreib nicht. Das ist Wasser mit Salzsäure. Das ist abgesehen des Wasser, womit wir unsere Blumen gießen. Ist es Salzsäure? Ist es Salzsäure? Ich merke, es ist Salzsäure. Ach, Digga. Weißt du, wie das Wasser riecht? Wie du. Scheiße. Ach ja. Ne, klar. Ein Staublager, Digga. Was ist dein Plan? Was ist dein Plan mit dem Staublager? Hey, Digga. Ich bin kitzelig. Au, du Stück Scheiße. Hör auf. Digga, du weißt, das ist so unnötig. Ich hab eh keine Chance. Du bist ein sehr guter Spieler. Ja, wie machst du den Treppen, Digga? Mit C ist doch klar. Ne, mit C machst du Pyramiden, du Clown. Ui. Guck mal, was der Papa gefunden hat. Ich bin nicht dein Papa. Ich weiß. Entschuldigung, ich bin nicht dein Papa. Entschuldigung. Ich bin nicht erst mal ein bisschen in die Mood, okay, Bro? Why you always in the Mood? Gehaltser, Junge, ich komme. Das ist ein Bot, Bro. Digga, ich hab so lange gebraucht. Spiel ich Duos? Hey, der Lieb, ich spiele Duos. Hallo. Ich spiele Duos. Ja. 100 Euro. Bro, das sind alle Spots. Das geht nicht. Egal, egal, egal. Boah, warte. Ey, wie machst du denn? Ey, warte, wie machst du denn? Guck mal, du weißt schon. Ich werd ja nicht in die Tastatur raten. Das weißt du. Das mag ich nicht, ne? Ich bin so schlecht geworden. Alle Spots. Noll. Was, lol, Digga? Denkst du, das war ein guter Kill, oder was? Was machst du? Ich bin rappt. Immer noch besser als du. No, front. Kann man sagen. Hä? Denkst du wirklich, dass es eine gute Idee ist? Au, das Stück kacke. Bro, das sind wirklich Spots. Digga, ich bin so schnell geworden. Mann, ich bin so schlecht geworden. Oh, komm mal hoch zusammen. Guck mal. Ich bin so... Nein, komm, sie verlassen, oder? Wir machen jetzt mal eine normale Runde vorne. Okay, aber es waren acht Kills. Das wären theoretisch 400 Euro. Ja, aber das wird ja nicht deine beste Runde sein. Richtig. Wir haben eure Gehaltserhöhung im Monat. Bro, wie sch*** bin ich denn in vorne? Ja, Bro, natürlich ist das viel. Ich soll Arena spielen. Ja, ich hab null Punkte Arena. Da werden jetzt nur Spastis sein. Und ich. Digga, hast du schon mal überlegt, dass Menschen arbeiten für Gehalt quasi? Ja. Nee, hey, es geht doch noch gar nicht los. Doch, du denkst, dass du mich mit deinen Waffen... Okay, okay, au, okay. Ja, okay, wow. Wir fangen jetzt erstmal ganz ruhig hier an, okay? Erstmal zum Einspielen gibst du deinen Hut auf den Kopf. Das ist jetzt auch nichts, was dich jetzt irgendwie davon abhält, sag ich mal, gut zu spielen. Es lässt mich einfach nur lächerlich aussehen. Es lässt mich einfach nur lächerlich aussehen. Ich will doch einfach nur eine Gehaltserhöhung haben. Ey, ich hör gar nicht da aus, was die Scheiße ist. Es ist so schlimm. Du kriegst das hin. Also an sich, das Lied ist ja nicht schlecht gemacht und gut, aber naja, kannst du es einfach lassen. Der Typ verfolgt mich. Mann! Lass mich doch einfach schliess. Mann, ich hab ihn nicht. Ey, 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 ey. Jetzt konzentriere ich noch drauf. Guck mal, ne Waffe. Willst du jetzt wirklich... Ey, ey, das ist so dumm, was du hier machst. Das ist doch wirklich... Das war doch dumm. Ja, was denn? Ich hatte auch keine Waffe. Jetzt gehst du denn nicht in ein anderes Haus. Ja, mann, weiß ich nicht. Du guck mal, du merkst, dass du... Das ist eine Schandmütze. Guck mal, so trägt Petro Lombardi seine Caps. Nein, Spaß. Nee, kein Spaß. Merke ich ja... Ey! Wie ist deine Tastatur? Mega. Ich schüttel gleich... Gut, oder irgendeine Schu... Ja, hör auf mit diesem Kackwasser. Nein, nein, nein. Ey, hör doch auf. Was ist das denn? Da ist doch nichts. Ja, da ist nichts. Richtig. Hör auf! Ey, hör doch bitte auf. Kannst du kurz ruhig sein? Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Okay, alles klar. Du bist eh nicht ruhig, Digga. Warum solltest du jetzt ruhig sein? Ja, mach Standardskill. Mann, hier ist wieder... Was macht der? Was ist das für ein Typ? Was ist das denn? Ey, Digga, ey, was ist aus Fortnite geworden, bro? Ah, hallo. Bro, also ich will... Ja, Bro, woher soll ich das wissen? Mach diese Dinger da kaputt, geh zurück. Den Kühlschrank. Die Slapdinger da. Oi. Ich bin ein guter Chef. Ich helf nochmal. Alter, danke, Mann. Oh, ich heine. Der schießt das für höchste Gegner. Ah! Oh, die Ska und sowas, bro. Oh! 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 Was ist das für eine Scheiße, Alter? Oh, boah! Du Stück Scheiße, ich habe ihn gekillt. Ich habe zu spät gesprüht. 2 Kills, immerhin, bro. Da war noch einer. Der ist noch nicht da, Chip. Also, das war ein Handlanger. Das war ein Handlanger! Übertreib nicht, dass man mal ein Handlanger... Das war nur ein Handlanger. Nee, 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 nicht dafür. Ja, du kannst mich mal ein bisschen trocknen, das wäre jetzt gut. Das ist heiß. Das ist echt der heiße. Das ist so ein Schick, Kacke. Ey! Das ist... Digga, guck mal, da läuft mir schon 200 Euro, wenn du noch... Umwelteinfluss, hey! Warte mal. Ah, nee, da ist keiner. Ich dachte... Muss das denn sein? Oh, ich habe ihn da! Du Loser! Hey, oh, hey, oh! Hol ihn dir! Komm, Legende, hol ihn dir! Ey, ich kann nichts machen. Hol ihn dir, Legende! Das kann doch nicht sein! Nein! Hallo! Ja! Wir bauen die Skybase! Jetzt schwimmen wir! Was für Leute spielst du denn da, Digga? Ey! Ist da noch einer? Nein, nein. Oh mein Gott, der f***t nicht. Oh mein Gott, ja! Da muss ich nicht mal was machen! Oh mein Gott, ja! 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 Ah! Ah, Digga, danke! Zum Glück! Digga, das geht nicht! Ich rutsche ja voll rum! Du bist so ein Loser! Was? Wir nehmen mich auf! Ah! Wuhu! 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 Ja, jetzt nerv ich dich mal! Wuhu! Okay! Wir machen jetzt noch so, zwei Runden, ne? Und wenn du die jetzt holst, dann addieren wir das auch. Ich die hol! Du meinst, wenn ich Kills hol? Ja, ja! Wir machen einfach einen Deal, Leute! Ihr lasst jetzt mal ein Like da und ein Abo! Ne, und einen Kommentar! Indem er schreibt, wie viel Gehalt ich verdient hätte, ähm... Ey, Bro, wenn ich die Runde hol, du hast gesagt, du legst einen Honi drauf. Ja gut, dann hast du jetzt 100 Euro gemacht durch eine Runde, die du aber wirklich unverdient geholt hast. Nein, ey, bitte nicht! Bitte nicht! Ey, nicht in meinen Kopf rein, hab ich gesagt! Ich hab auch so geile Sachen hier. Was denn? Magnesiumtabletten? Oh nein! Ich werde gesund! Ja, wenn du das auch mal drei Stück im Mund hast. Ich drück die ganze Zeit Shift, deswegen lauf ich so langsam. Achso, ja, ich hab Autosprint an. Du hast Autosprint an, Digga, das sagst du mir jetzt. Bro, ich drücke die ganze Zeit Shift und bin deswegen langsam wie ein Idiot. Und das sagst du mir jetzt, dass du Autosprint hast? Komm, du musst die Gegner auf offene... Alter, was mach ich denn? Ich hab verloren. Oh! Ja, okay, einer. Gönnt mir gar nichts. Gönnt mir gar nichts, Digga. Ich gönnt dir, ich gönnt dir, ich gönnt dir, ich hab's dir gesagt. Jetzt sagst du die Tüte wegmachen, so. 300 Euro. Die Tüte war echt nervig, oder? Hey! Das heißt, wenn ich jetzt 300 Euro hab, dann hab ich 300 Euro. Woh, ich hab ihn! Ich hab... Hör auf! Lass mal! Ei, hör doch mal auf jetzt! Nein! Digga, wenn ich gar nicht irgendein Loosprint oder sowas hab... Ey! Hör doch mal auf! Scheiße, Digga. Loser, du Dreckloser! Mein Auge brennt, das ist ungefähr. Mein Auge brennt. Hallo! Dann bin ich ja nicht. Ei, ey, nicht mein Pimmel. Oh, mach weiter. Du hast... Ich brauch auch mal wieder eine Ruhephase. Ich nehm noch sieben Leute. Bei wie viel bin ich? 400? Warte kurz. Das ist eine Magnesium-Tabellett. Bro, weißt du... Boah! Die ist so stark! Magnesium ist doch gesund. Das hilft doch gegen die Muskelkarte. Wäääh! Wäääh! Das ist so... Bro, probier beide. Wenn du jetzt gewinnst... Mhm. Wenn du jetzt gewinnst, Tobi... Überleg mal. Ja, dein Leben wird sich davon ändern. Gehaltserhöhung schmeckt. Magnesium-Tablette nicht. Wenn ich jetzt... Weißt du, was? Nein, weil ich... Du, ich seh ich doch, du bist spülen, Digga. Nein, nein, nein. Ey, viele Leute nur noch! Ja, das hab ich ja grad gesagt. Au. Was machst du? Bist du... Ey, Digga, du bist so ein Clown, ehrlich. Guck dir dein Setup an! Mann! Ey! Ich wurde getetet. Es gefällt mir, wenn du... Ey, ja, ey, ja. Ja! Ich find das nicht mehr lustig. Guck mal, wir können jetzt spanden hier. Und du gehst mit 400 Euro nach Hause. Oder... Wir spielen noch eine Runde. Verlierst aber alles. Und setzt deinen kompletten Einsatz. Also, was machst du? Drei, zwei, eins. Gehalt. Okay. Koffer aus der letzten Reihe. Was haben wir da drin? 500 Euro Gehaltserhöhung. 500 Euro! Dankeschön! Ewald, ade, Dankeschön! Robi, komm. Weil ich spinn, 500 Euro. Geil! Das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bin an der Stelle raus! Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Ich bin im nächsten Mal. Schau bei Tobi auf Instagram vorbei. 500 Euro jetzt. An der Stelle plus im Monat. Das lassen wir uns schmecken. Ne, das lassen wir uns schmecken. Macht's gut. Ich lass mir das schmecken. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao! Danke, Mann! Danke, ey!